Herzlich Willkommen auf der Karte Emo Thüringen. Wir starten durch und wir werden gleich mal anfangen mit der Ernte von Gerste auf dem Feld Nr. 49. Gleich parallel beginnen wir mit dem Kurs auf Feld Nr. 49. Hier machen wir gleich den Rest fertig. Hier starten wir mit normalen Helfer. Wir werden noch im Feld Nr. 60 ernten. Dann schauen wir nachher, dass wir das weiße Feld noch vor dem Hof geerntet bekommen. Feld Nr. 12. Alles noch heute wenn es geht. Die Sonnenblumen wird morgen in den Ingame-Tag gemacht. Das heißt wir haben jetzt gerade mal 7.25 Uhr. Aktuelle Spielzeit ist 1. Während der Ernte ist das ganz gut. Ich überlege mir noch, ob wir hier eine Einzige nehmen. Wir werden auch benötigt Gras nehmen. Wir werden dafür am Herbstende mal Gras ernten können. Das wäre ein Versuch wert. Wir werden dafür mit dem Fahrrad fahren. Achso. Wir werden hier die Grundschneider erhöhen. Der Helfer fährt nicht ganz richtig. Wir werden ein bisschen den Kurs ändern. Weil die Felder sind... Sagen wir mal kurz die Kurve Rechnung hier. Ganz gut geschätzt. Die Rechnung nehmen. Das soll nun funktionieren. Dann schauen wir gleich auf... Auf die Radsfelder. Auf die Radsfelder. Wenn wir hier das gleiche machen können. Auf die Radsfelder. Hier sind die Beile voll. Mal Ladung her. Ich voll um den so. Hier werden wir auch mit normalen Halter weiterarbeiten. Lassen. Der Packer wird sehr laut. Soll ich mal gleich noch einen Zauber in den Tiefel starten. Machen wir gleich. Speichern ist gut. Nicht geschadet. Beierter wieder. So. Das dauert ein bisschen. So. Und gleich mal ein Leeren. Und dann kann er... So. Vorne wieder anfangen. Hier ist kein Kurs geladen. Ich hab auch kein gespeichert. So. 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 Weiß. Hier wären mit dem zweiten. Geben wir immer noch mal an. Trasche auf den grünen, auf den roten, auf den roten. Den kommunal. Das kann ich mal... Eine Tangle leer. Dann wird das noch reichen. Hier machen wir gleich mal einen Kurs. Und zwar, dass ich mit einem Fahrzeug fahren. Da wird... Das muss irgendwo stehen. Also beim Rechner. Berechnen. Berechnen. Hier ein Fahrzeug. Bereicht. Fährt mal hier. Hier. Vorgewänder waren wir zwei. So. Das sieht ganz gut aus. Ja. Ersten Wegpunkt. Dann rauslegen. nachdem. Wie ist es? Es ist aber schon gar nicht. Sagen wir mal auf diese Karte gegenwolle ich. Natürlich ist er wieder außerhalb, müssen wir mal ein bisschen aus diesem Bereich rausholen. So, jetzt kommen wir gleich hinfahrende. Ist ja wohl ein Leiser, ne? So, der ist jetzt leer. Dazu müssten wir jetzt normalerweise von hinten starten. Zudem wird ungünstig, in Anführungszeichen. Das Crossplay-Kurs nicht gespeichert war, hätte man das mal fix hinbekommen. Aber komplett von vorne zu machen mit zwei Dreischern ist ein bisschen aufwendig. Da fahren wir rückwärts. Da machen wir auf wieder maximal was gehen könnte, ne? Also, man ist um 10 kmh. Das ist ja gleich wieder voll der erste Treffer mit Gerste. Ja. Aber ein bisschen Stress, da geht alles, ne? Das ja. Nehmen wir alles mit, wann es geht. Mal gucken, ob die Rettung passt. War nicht ganz. Wir sind ja noch links. Jetzt mal passen. Die erste. Das ist der Raps. Lass ihn vorbeifahren. Dann können wir ohne die Frucht-Zerstörern rausfahren. Ja. Die Rächer passt nicht ganz. Na gut. Das war die Sonne. Sonne nacharbeiten. Eng, wird eng, wird eng. Na gut, wird eng. Ja, wie ich dachte, kommt dort nix, ne? Da kommen sie raus. Ja gut, ich komm hier raus. Hahaha. Dann nötig Kalk, ach jajj. Das heißt wir müssen noch Kalk ausbringen, unseren Deutzraum jetzt. Und wir müssen den wieder aktivieren. So, ein bisschen laufen. Ich kriege auch nicht mehr alles rein. Wenn wir kalt brauchen, dann müssen wir noch kalten. Aber das sollte kein Problem sein. Das könnten wir auch notfalls, nachdem wir gesät haben, machen. Und dann gleich korrigieren wir kurz, dass wir die Bahn nach links rüber gehen. Ja, das hittet er noch nicht mehr. läuft aber wieder hin du die ersten nicht dabei ist dann kackert das normal fahren normalerweise ja Wir können uns doch nicht erlauben, dass wir das alles verschenken. Ja, halbe Bahn. Spät verliebt ungünstig. Dann ist es. Rechts. Null, wo es sein. Ganz kurz noch mal zurück und dann mal den Kurs noch mal fahren. Da könnten wir auch tricksen, in Anführungszeichen, aber tricksen geht nicht. Aber es geht schon. Nee. Da muss ich ein bisschen... Einsteigen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ups, fertig. Da muss ich auch mal von vorne losfahren, ne? Klappt schon irgendwie. Sully ist auch wieder voll. Das ist praktisch für mich, weil dadurch kann ich mit vorne anfangen, hinterher fahren. Stroh war uns mit Glück nicht, sonst werde ich mich brüllt. In Anführungszeichen, aber so geht es ganz gut so. Voll zockt wieder halb voll, ne? Naja, gut. Wenn du in die erste Bahn, dann geh ich gleich mit. So wie geplant. Oh, gut, das klappt schon mal. Bäume gehen immer nicht rein. Das passt sowieso. Dann können wir gleich zurückfahren, ne? Ohne Umwege. Ich bin mir beschäftigt hier bei den Feldern hier eigentlich. Okay. Wollen wir jetzt noch nicht anfangen. Dritter. Da hinten links. Da ist es auch voller voll. Hahaha. Wo ist der zweite? Da hinten. Wir müssen noch ein bisschen eher kreativ sein, weil das kann ich noch nicht ändern. Wollte ja eigentlich gar nicht so arbeiten. Aber, geht nicht anders. Wollen wir den zweiten Jahr nacharbeiten gleich. Wir haben ganz kurz hier von weggehen. Also, wir gehen jetzt noch dort rein. Warum nur? So, Schreiter geht's vielleicht, was man grundsätzlich könnte. Ich muss immer gleich mal. Wollen wir gerade schnell die Felder fertig machen und kalken. So, die muss das zuerst machen sollen, ne? Einmal jetzt mal einen Raps runterkriegen. Mal einen Kalkstreuer, den kann man ja einstellen. Leider holt. Mal einen Helfen. Mal eine Raps runterkriegen. Mal einen Helfen. Mal einen Helfen. Das Problem wie voran auch. Na jetzt geht's schon leer. Gerst ist voll. Ich dachte er wäre voll. 68% Ist er auch noch voll. Machen wir hier mal schwerpunktmäßig fertig. Der Engel ist auch voll. Höherhalb voll. 80%. Ah, der Winkel passt nicht. Auf das Wetter. Ich hab H gedrückt. Oh, der vollen Tank. Na jetzt ist der Taxi. Gut gedüngt. Gut gekalkt. Gut geflügt. Alles perfekt. Perfekt. Und jetzt ist der Taxi. Gut gedüngt. Ja, das klappt jetzt. So, liebe Freunde. Das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen. Auf Wiedersehen. Tschüss und Winkelwinkel. Tschau, bis denn. Tschaui.